So meine lieben Leute, dieses Video hier ist sehr hilfreich für erfahrene WordPress Nutzer, für Anfänger, weil es einfach super viele Tricks enthält. Also auch Tricks, die euch interessieren könnte, wenn ihr WordPress schon in Ewigkeiten benutzt, aber auch wenn ihr WordPress gerade erst kennengelernt habt und einfach euch schulen wollt in Prozessautomatisierung. Einfach Dinge, die man nicht immer wieder machen möchte, wie zum Beispiel Tabellen ausfüllen im WordPress, wenn man die automatisiert haben möchte. Und ich denke, ich kann sogar in diesem Tutorial ein bisschen eure Kreativität an euch selber, diesen Anspruch ein bisschen herauslocken, dass ihr es beim nächsten Mal, wenn ihr so eine Aufgabe habt, nicht auf die einfache Art und Weise versucht und einfach, sage ich mal, so eine Tabelle hier händisch anlegt, sondern das Ganze automatisiert irgendwie macht. Und zwar seht ihr nämlich, dass ich diese Tabelle hier durch ganz wenig Text hier, also durch ganz wenige Auszeichnungen, sagt man auch hier, durch ganz wenige HTML-Auszeichnungen, aus einer Google Drive Tabelle rausziehe. Dann seht ihr hier diese schönen Tassen, selbst die werden übernommen. Die haben dann hier ein bisschen einen anderen Style. Das Ganze ist Google Drive, hier seht ihr es. Wenn ich mir das Ganze öffne im Google Drive, Google Drive müsst ihr schon können, also das hier ist kein Google Drive Tutorial. Ich gehe dann mal hier einfach auf Öffnen mit Google Tabellen, genau. Dann öffnet er das, dann kann ich hier reingehen und ich habe einfach Symbole jetzt benutzt hier, die man sicherlich auch irgendwie auf Windows öffnen kann. Dann auf Mac gehe ich auf System Preferences und dann lasse ich mir hier unter Keyboard oder unter Tastatur, lasse ich mir dann hier auch diese Symbole mit anzeigen. Kann ich hier aus- und einstellen und dann kann ich oben in der Statusleiste hier unter meiner Tastatur mir Symbole anzeigen lassen. Dann öffnet sich dies hier, jetzt hat es sich gerade geschlossen, genau. Und diese kann ich jetzt direkt da an der Stelle, wo ich bin, einfach einfügen. Zum Beispiel gehe ich mal hier auf Food & Drinks, dafür muss ich erstmal hier wo reinklicken. So, dann muss ich es wieder öffnen, das ist manchmal ein bisschen stur. Und jetzt kann ich da zum Beispiel noch irgendwas anderes hinzufügen, was ich noch benutzen möchte. Oder zum Beispiel, ja, hier habe ich die Tasse, genau. Und, ja, was andererseits, die Tasse passt eigentlich hier auch überhaupt nicht. Aber das können wir mal zum Test zum Beispiel da lassen. Ich öffne das Ganze mal hier im anderen Tab hier, schließe ich das mal, Entschuldigung. So, und jetzt möchte ich euch zeigen, wie ich das hier rüberkriege. Und dann sieht das am Ende so aus. Sogar mit den Links hier, die dann stimmen. Und wo dann hier zum Beispiel Giorculo drin steht, und das steht dann hier auch. Hier steht Banschei, hier steht auch Banschei im Link. Das ist alles automatisch generiert durch ein Plugin. So, und WordPress Plugins, was das ist, müsst ihr auch wissen. WordPress Plugin ist ja eine Funktionserweiterung. Das heißt, Display JSON Data in WordPress. Wenn ihr das wirklich benutzt, dann spendet mal was. Habe ich auch heute gemacht an diesen Bernhard Cux. Ist ein Deutscher. So, und wenn man wissen will, wie man das benutzt, dann sollte man das natürlich unter Plugins erstmal installieren. Dafür geht man dann hier natürlich auf Installieren und gibt dann einfach mal hier unter Plugins suchen JSON ein. Und geht dann hier auf Installieren. Und damit schon ein bisschen herum zu experimentieren, kann schon sehr, sehr das Auge schulen für zum Beispiel automatisierte Sachen, die man irgendwie hervorrufen möchte. Also, wenn man jetzt irgendwo eine Produkttabelle zum Beispiel hat, dann könnte man auf die Idee kommen, dass man die lieber hier pflegen möchte und dass die dann automatisch exportiert wird, beziehungsweise dass man die dann selber exportiert und dass man dann nicht alles im WordPress nochmal schreiben muss. So, und ich gehe mal drauf und kann dann zur Plugin-Seite hier weitergehen. Und was mir sehr geholfen hat beim Arbeiten mit diesem Plugin, ist, wenn ich hier auf Support gehe, dann sehe ich hier diese ganzen Verläufe hier. Und da habe ich mir immer mal ein bisschen was durchgelesen, gerade wenn Leute hier schreiben, Syntax, Help, irgendwie hier hatte ich, glaube ich, was gesehen. Das hat mir dann sehr geholfen, hier die Antworten des Autors zum Beispiel. Ja, das war sehr hilfreich auf jeden Fall. Da hatte ich irgendwie ein paar Sachen, wo dann stand, okay, das und das funktioniert nicht. Hier, unsupported.json, ich glaube, das hier war es. Und dann sagt der Autor, ja, probier es mal das und das mit genau dieser JSON-Datei hier aus. Ja, und mir ist jetzt auch klar, das wäre dann zum Beispiel diese JSON-Datei und da habe ich mir einfach diesen Code hier angeguckt, wie ist der geschrieben und habe damit dann gelernt, wie es funktioniert. So, und jetzt ist das Wichtige, wie kommt man denn überhaupt da drauf, dass man das hier als JSON irgendwie umwandeln kann. Besonders sage ich euch, und da kann ich euch ein bisschen was auch über mich sagen, ich habe damals schon als Student immer sehr viel mit Latex, das ist auch so eine Sprache, mit der man im Grunde genommen kompliziert wissenschaftliche Arbeiten schreiben kann. Da habe ich mir immer überlegt, ey, wie kann man Sachen automatisiert besser gestalten, wie kann man irgendwie, zum Beispiel hier habe ich damals Vorlesungen mitgeschrieben und so und habe mir Makros gebaut und Vereinfachungen zum Beispiel, wie ich das Ganze wirklich in der Zeit auch schaffen kann und aufschreiben kann, zum Beispiel mathematische Dinge oder eben auch solche Tabellen, ohne dass ich zum Beispiel alles selber manuell machen muss. Also solche Arbeitsabläufe, gerade im Bereich so von Latex, habe ich super viel mir immer überlegt, wie man es kodierungstechnisch zum Beispiel an die richtige Stelle bringen kann, ohne dass zum Beispiel Buchstaben kaputt gehen, also Umlaute beispielsweise, also wie ist die Kodierung von einem Dokument. So und hier ist mir zum Beispiel aufgefallen, da bin ich dann erstmal auf Datei gegangen, herunterladen als und dann habe ich gesehen, dass hier CSV und TSV zum Beispiel sehr kompatible Formate sind. So und CSV zum Beispiel ist Comma Separated Values, aber hier zum Beispiel sehe ich Commata, mehrere drin und dann sehe ich, okay, dann denkt er vielleicht hier, wenn hier ein Komma ist, dass da dann eine neue Spalte anfängt. Das wäre natürlich blöd. Das bedeutet, was habe ich denn nicht in meinem Dokument, was das Ganze kaputt machen könnte und das sind Tabs, denn das hier ist eine Tabulator getrennte Werte-Tabelle, die ich mir jetzt einfach runterladen kann und dann ist das hier exportiert. Ich kann mir das in jedem Texteditor so öffnen und was vielleicht wichtig ist, ist, dass man hier zum Beispiel einfach so wie so Indizes erstellt. Erst hatte ich, und das funktioniert auch mit diesen Indizes hier, aber wenn man zum Beispiel so was hat, wie so ein Slash hier, dann sollte man sich künstliche Indizes anlegen. So, das Wichtige ist jetzt, dass ich mir zum Beispiel genau diesen Tabellenkopf hier, und das seht ihr jetzt hier drüben, den hatte ich mir sowieso manuell hier angelegt. Okay, das bedeutet, diesen hier kann ich mir sowieso schon mal löschen. Ich gehe also, oder ich, ja doch, ich würde ihn in diesem Fall hier sogar löschen. So, ich sage also, Moment, bearbeiten und dann Zeile 2 löschen. Genau, hier habe ich es. So, und dann habe ich nur noch diese Indizes hier, denn meine Tabellenköpfe, die schreibe ich selber. Und das ist eine Sache, die ihr mitbringen müsst, und zwar das Wissen, wie man HTML-Tabellen schreibt. Allerdings werden wir diese Tabelle hier auch gleich nochmal selber erstellen. Ich gehe also jetzt erstmal auf Seite erstellen, und, ja, wir werden das Ganze wirklich strukturiert durchgehen, und ich nenne das Ganze jetzt Tutorial-Tabelle. So, und einmal passe ich auf jeden Fall als erstes auf, dass ich nicht im Visual Composer arbeite, denn der macht eventuell hier meine Shortcodes mit diesen eckigen Klammern, mit diesem JSON. Das macht er eventuell kaputt. Okay, und das sehe ich auch nochmal in dieser Dokumentation hier von diesem Plugin. Da bin ich irgendwie draufgekommen, indem ich hier draufgegangen bin, und dann auf Plugin Homepage, genau. Und hier sehe ich eine sehr ausführliche Dokumentation. Zum Beispiel sehe ich, dass es hier eine Pro-Version gibt. Und wie gesagt, spendet auf jeden Fall mal an denen. Das ist ziemlich nett, wenn ich es wirklich benutze, meine ich. Ja, also dann auf jeden Fall mal was spenden. Und, ähm, dann habe ich hier Very Basic Examples zum Beispiel. Und, ähm, ich sehe auf jeden Fall auf der Plugin-Seite, Moment, dafür gehe ich mal auf Plugin-Seite, dass man diese Shortcodes hier benutzen sollte. Nur finde ich das hier noch ein bisschen kompliziert dargestellt. Deswegen hatte ich auch nach einem Beispiel gesucht. Moment, wo findet man das Beispiel? Unter Screenshots, glaube ich. Da hatte ich es mir dann auch mal angeguckt, wie es funktioniert. Ich werde euch auf jeden Fall in der Description dann hier unten meinen Code zur Verfügung stellen, dass man hier zum Beispiel das hier öffnen muss, die mit der URL hier zum Beispiel. Dann könnte man hier zum Beispiel so ein Base-Note anlegen, das habe ich nicht gemacht, weil das braucht man bei dem JSON-Format nicht, wenn kein Base-Note angegeben ist. Und dann hier einfach HTML-Code reinschreiben kann, und das gucken wir uns gleich näher an. Ich gehe jetzt mal hier rüber und werde mir hier eine Tabelle anlegen. Das Ganze fängt an mit Table. Und das ist eine Table-Row. Also das macht eine Table-Row aus und TH macht ein Table-Header, eine Table-Header-Zelle aus. Nur die Zelle. Und dann gucke ich mir mal an, was ist die erste Zelle. Und zwar ist die erste Zelle heißt in diesem Fall, und jetzt gehe ich mal wieder zurück. Sorte. Ich habe mir das mal wieder hergestellt kurz, sonst weiß ich nicht, wie ich das genannt habe. Sorte. Schließe das. TH. Mache noch eine Zelle. Und das nenne ich dann Portion, Dosierung, Flüssigkeit, Koffeinlenk. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Portion. Flüssigkeit. Als letztes Link ist mir noch im Kopf geblieben. Koffein. Irgendwas fehlt da noch? Dosierung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Diese 6 habe ich jetzt hier. Ich gehe mal auf rückgängig machen jetzt. Als Tastenkombination habe ich das gemacht hier. Command-Z oder Command-Y. So, dann gehe ich hier drauf und schließe jetzt erst mal diese Table Row. Damit ist eine Zeile beendet jetzt. So, und das nächste, was ich jetzt schreibe, soll dynamisch generiert werden. So. Und da hatte ich mir, wie gesagt, damals hier in dieser Problembeschreibung diesen Code hier rausgezogen. So, bin ich damals vorgenommen, weiß ich noch, als ich das erste Mal geschrieben habe. und habe das dann hier reinkopiert. So, und die Tabelle hier, die darf ich natürlich, die muss ich dann schließen ganz am Ende, nachdem hier mehrere Zeilen produziert wurden. Okay. Und deswegen darf ich zum Beispiel das Table Element hier, das umfasst alles, was in der Tabelle drin steht. Das ist halt HTML-Code, sollte man mal ein bisschen lernen. Dafür geht man auf HTML, Table und dann zum Beispiel auf, gebt mal School mit ein. Ich glaube, dann kommt man direkt auf W3, W3 Schools und hier findet man dann die Syntax für eine Tabelle. Seht ihr hier Table, TR, TD, TD, TD. Das steht für Table Data. Ich habe eben explizit also gesagt, das sind die Tabellen Köpfe. Damit ich die trenne von den restlichen Zeilen und dann auch dementsprechend fettgedruckt machen werde. So. Und dann gebe ich hier unten, Moment, hier unten werde ich erstmal die URL ersetzen. So. Und da werde ich natürlich meinen JSON, meine JSON-Datei reinkopieren. Das ist schon mal wichtig. Und hier werde ich natürlich meine Struktur herstellen mit meinen Elementen. So. Und dafür stelle ich mir jetzt hier erstmal eine JSON-Datei draus her. Dafür gehe ich hier mal hier auf herunterladen als und dann, wie gesagt, TSV. Das Ganze öffne ich ganz einfach in irgendeinem Texteditor, kopiere mir das alles mit Command-A, Command-C in eine Zwischenablage und dann kommen wir zu einem Tool, das heißt hier TSV to JSON. Gebt dafür bei Google ein TSV to JSON und ihr werdet das definitiv finden hier unter Play, was heißt das? PlayPret oder... Auf jeden Fall liegt das auf GitHub. Ihr könnt das hier reinkopieren und dann bekommt ihr direkt JSON. So. Und jetzt fragt ihr euch, wie habe ich das zum Beispiel mit den Links gemacht? Ihr seht schon, dass ich mir hier was ziemlich Cleveres mit diesen Links ausgedacht habe. Und zwar steht in dieser Link-Zeile einfach nur nochmal der Name wiederholt beziehungsweise wird das hier, wenn das jetzt ein echtes Projekt wäre, wäre das immer der Link-Fad, der zum Beispiel ganz am Ende hinter meiner www.tjungle.net steht, dann wäre das hier der Link-Fad. Wenn das jetzt zum Beispiel Banscher grün wäre, grün, dann würde hier genau dieser Wert stehen. Banscher minus grün. Okay? Ganz wichtige Sache. Deswegen lasse ich das jetzt mal hier geändert und dann könnt ihr sehen, dass das funktionieren wird. Ich exportiere es mir nochmal, damit ihr den Verlauf nochmal seht. Ich nehme das als TSV-Datei entgegen, öffne das, kopiere es in die Zwischenablage, gehe rüber in mein TSV to JSON, denn informiert euch mal über TSV nochmal im Detail und über JSON. JSON ist das viel kompatiblere Web-Format. Darüber werden Dateien beziehungsweise Informationen und Daten im Web ausgetauscht. Das ist das absolute Web-Datenaustausch-Format. Deswegen benutzen wir das auch. Und ich sehe dann hier, dass ich hier meine Identifizierer nochmal habe. Sort, Port, F-L-U-E, hier für Flüssigkeit, Koff für Koffein. Und das habe ich für jede, ja, im Grunde genommen für, für jede meiner TS habe ich diesen Identifizierer, ja. Also für alle Zeilen habe ich jeweils diesen Identifizierer, Doppelpunkt und dann immer der Wert. Moment, das muss jetzt richtig in die Zwischenablage, nicht zu viel. Ich möchte wirklich nur von da bis da in die Zwischenablage das Ganze haben und gehe dann auf meinen Web-Server, wo WordPress installiert ist. Ja, wo mein WordPress jetzt liegt. Das ist zum Beispiel tjungle.net. Hier, so. Und das könnt ihr, das Gleiche könnt ihr auch übrigens mit FTP einfach machen. Ihr geht über FTP auf euer WordPress, geht in euer WP-Content, in euer WP-Content rein, genau. Könnt hier zum Beispiel einen Ordner anlegen und das ist jetzt gerade hier mit SiteGround übrigens, ne. Also das ist der Web-House, den ich auch empfehle hier in meinen Tutorials und nenne das hier zum Beispiel mal Tabelle. Und ihr seht, dass ich mir nicht die Mühe gemacht hatte, hier einen Ordner zu erstellen. Bei meiner letzten Tabelle, die liegt nämlich hier. Ich gehe dann hier weiter in Tabelle rein und sage New File und nenne das Table.json. J-S-O-N. Table.json. Hätte ich mal auch auf Deutsch hier machen können. Tabelle.json. Besser. Gehe dann hier auf Code Editor, während ich das hier natürlich angeklickt hatte und gehe dann auf Edit, kopiere all meinen Inhalt hier rein und gehe auf Save. Jetzt gibt es diese Datei hier. T-Jungel.net slash WP-Content und ich wähle jetzt diesen relativen Link aus, gehe rüber auf meine neue Seite und kopiere diesen hier rein. So. Und jetzt testen wir, ob mein Plan hier aufgeht und mache mal TR, also eine neue Row auf. So. Und mache mal hier meine Platzhalter rein, zum Beispiel Port. Und Moment, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Wenn ich eine Zeile aufmache, dann muss ich auch immer noch eine Zelle aufmachen und diese auch wieder schließen. So. Und damit ich es jetzt nicht vergesse, schon hundertmal in diesem Leben gemacht, schließe ich TR auch direkt wieder. Kopiere mir das hier rein und ich hatte sechs Werte, die ich mir rausziehen möchte. Eins, drei, vier, fünf, sechs. Und dann muss ich meine Identifizierer hier eintragen. Und zwar war das Sort Port DOS F-L-U-E K-O-F-F F-O-L-E Da sollte man natürlich was nehmen, was man merken kann und immer die gleichen Buchstaben. Das war jetzt Quatsch, was ich hier gemacht habe, aber ich wollte es nur zeigen, dass es, dass man einfache da nehmen sollte. So. Wir gehen hier dann übrigens nachher noch auf Styling auch ein. Das werden wir definitiv noch machen, der Tabelle. Also das Styling in der Tabelle, das werde ich euch noch zeigen. Und dann, bevor ich das jetzt speichere und das hier zerhauen wird zum Beispiel von WordPress, speichere ich das immer in die Zwischenablage. Immer. Mache mir da ein neues Textdokument auf dem Computer auf und kopiere das auf jeden Fall hier rein, damit ich das jetzt erstmal hier drin habe. Und wenn ich nämlich speichere, dann kann es sein, dass das Ganze hier kaputt gemacht wird. Irgendwie. Also, dass das HTML zum Beispiel verbessert wird und weil ich irgendwo einen HTML-Fehler gemacht habe, geht es dann kaputt. Schon auch super oft erlebt. So, und jetzt sehe ich hier something went wrong. Okay. Ich werde mal den absoluten Link hier eingeben. Kann sein, dass das nur geht. http slash tjungle.net wp-content tabelle tabelle.json Klick auf Speichern und jetzt muss man sich auf Fehlersuche begeben. Aber es sieht so aus, als würde das Ganze funktionieren. Nur sehe ich hier unter Sorte und dann hier unten keine Werte. Hm. Hm. Woran kann das liegen? S-O-R-T P-O-R-T Das sind ja die Kandidaten. Ähm. S-O-R-T P-O-R-T Hm. Ist hier irgendeinen Fehler? Seht ihr irgendeinen Fehler? Seht ihr irgendeinen Fehler? D-O-S-P-O-R-T Ah. Hier ist ein Leerzeichen drin. Hier ist ein Leerzeichen drin. Ja, das schult auch das Bewusstsein für solche Sachen, dass man absolut immer ein bisschen um die Ecke denkt und den Prozess nochmal irgendwie im Kopf iteriert beziehungsweise sich überlegt, wo fängt das Ganze an? Wo sind eventuell Fehler jetzt in der ganzen Kette von A nach B, wenn genau die ersten hier nicht angezeigt werden, aber alle anderen, dann müssen hier auf jeden Fall zwei Ungereimtheiten sein. Jetzt muss ich das Ganze natürlich nochmal machen, aber das finde ich nicht so schlimm, weil ihr lernt dabei natürlich richtig viel. Ähm. Das geht nicht mit STRG A, da muss ich leider immer händisch kopieren. Ähm. Genau. Gehe in meine Datei rein, checke hier, ob das auch die richtige ist. Ist es nicht. Ich schließe die also mal, wähle hier alles aus, ersetze alles, klicke auf Save und, ähm, ja, ich gehe dann mal hier drauf und lade mal neu und es funktioniert. Er nimmt jetzt die neue Tabelle und ich sehe, das sieht ziemlich, naja, beschissen aus erst mal. Erst mal vom Styling und B, weil hier noch kein Link ist. Wie mache ich also das mit dem Link? Ich mache jetzt mal Link und Styling so ein bisschen gleichzeitig. Ich gehe und jetzt muss man vorsichtig sein, weil ich ja gesagt habe, nehmt nicht diesen Backend Editor und dafür nehme ich mein absolut, ähm, mein ultimatives, äh, Dokument, nehme ich nochmal ganz kurz und öffne hier mein Code, kopiere es nochmal rein, mit denen werden die wirklich stimmen und gehe dann mal ganz vorsichtig auf Backend Editor plus und gehe mal auf Button. So. So, so, so. Und ich sehe, dass das jetzt inzwischen eine Schaltfläche hier ein bisschen schlecht übersetzt ist und dann zum T. Ich nenne das erst mal zum T. Brauche kein Symbol. Möchte das Ganze skizziert haben. Das ist dann mit so einer Outline und nicht ausgefüllt. Primäre Farbe. Alles klar. Der soll klein sein ähm und zentriert, sage ich einfach mal. Okay. Und die URL einfach mal test. Set Link. Okay. Alles klar. Und jetzt gucke ich mir das Ganze an, wie es aussieht. auf meiner Seite. Ich lade die Seite neu und sehe zum T. Sieht ziemlich niedlich aus, ne? Ich gehe hier drauf mit Inspect Element und gucke mir den Code an. Und den Trick, den habe ich schon auch in Drupal ganz oft mit Views gemacht. Wer zum Beispiel von euch erfahren ist und benutzt Views, damit kann man das auch super gut mit Replacement Patterns machen und Token. Ich kopiere mir jetzt das hier, was gebraucht wird, um eben diesen Link zu generieren und das ist offensichtlich nicht das, sondern nur das. Ja, also ich gehe hier drauf auf die Klasse hier, auf den A-Tag, gehe auf als HTML bearbeiten, kopiere mir das Ganze in der Zwischenablage und jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass ich das schon hier reinsetze. Ja? Dann bräuchte man übrigens unter Link und das sage ich euch direkt, bräuchte man dann folgende Eigenschaft, dass das Ganze auch als HTML entgegengenommen wird. Tö, tö, tö. Jetzt gehe ich mal hier auf Text und jetzt sehe ich, das Ganze wurde hier schon zerschossen. Ich habe das nicht umsonst gesagt vorhin. Dann müsste man hier auf Link gehen, Doppelpunkt, HTML. Das sieht man auch übrigens hier in der Dokumentation. Dann würde er das als HTML lesen. Ansonsten würde er sich nur alles Sichtbare rausholen und würde es nicht als HTML lesen. Außerdem müsste man das Ganze dann, nachdem man es hier, nachdem man es dann hier rüber geholt hat, nochmal mit Suchen und Ersetzen, müsste man dann nochmal die Links einfügen, weil sie hier auch nicht übernommen werden. Wir haben also ein Problem, das ich umgangen habe, indem ich einfach mir den Link-Code genommen habe. Nochmal. So, edit as HTML. Ich habe mir den Link-Code genommen, bin hier rübergegangen, habe es nicht hier eingefügt, denn das Einzige, was hier variabel ist in diesem Link-Code, ist eben der Link selber und der Link-Text. Und ja, ich bin dann mal hier draufgegangen und habe in diese Zeile diesen Link einfach reinkopiert und habe mir gedacht, okay, der iteriert jedes Mal immer über jede Zeile und fängt dann hier eine neue Table Row an. Also, der geht hier durch, bis er keine Werte mehr entgegennimmt aus dieser JSON-Datei, geht dann raus zu T-Buddy. Und jetzt sehe ich gerade, das Ganze ist jetzt zerstört. Ich sollte also, nachdem ich diesen Link-Code hier erzeugt habe, sollte ich mal ganz schnell das Ganze wieder herstellen. Und deswegen habe ich euch gezeigt, dass man es runterlädt. Das war kein Witz. Ich brauche diesen Link-Text. Moment, jetzt ist es wirklich komplett im Eimer, wenn ich hier auf, wenn ich hier den Visual Composer aktiviere. Das ist leider so. Das muss man wissen. Deswegen kopiere ich es hier wieder rüber und wähle mir jetzt nochmal diesen Link-Text hier aus. Edit as HTML. Gehe wieder hier rüber und kopiere mir das hier statt Link hin. und jetzt kommt's. Ich setze mir dann, statt diesen Link hier, setze ich mir hinter dem Slash als relativen Link dieses Attribut hier link hin oder diesen Parameter. Das heißt, dieses hier wird ersetzt bei jedem Durchlauf durch das, was hier steht. Und wenn es Slash Roybos hier gibt und ich Slash Roybos als Seite angelegt habe, das kann ich ja mal machen, dann wird dieser Button darauf zeigen. Und das wird auch funktionieren mit jedem relativen Link. Um das zu verdeutlichen, kann ich dann nachher nochmal einen absoluten Link reinkopieren beziehungsweise das hier als absoluten Link auch hinschreiben. Das geht natürlich auch. So als tjungle.net Slash und dann Roybos oder Roybos Roybos T Roybos T ist ja, genau. Gerade so gelesen, wie es da stand. Okay. So, Slash Link. Ich gehe mal hier jetzt auf Aktualisieren. Wie gesagt, kein Backend Editor anschalten, sondern wirklich nur hier diesen klassischen Editor anlassen. Da bloß nicht drauf gehen. Das hatte ich jetzt eben nur gemacht, um wirklich mal einmal diesen Test Link hier, diesen Test Button zu erzeugen. So. Aktualisieren, genau. Und jetzt fragt ihr euch natürlich noch genau, bevor ich das jetzt lade und ihr den Fehler eh seht, Moment, wir laden es doch erst mal. Gucken uns die Tabelle an. Hier steht jetzt jedes Mal zum t drin. So, zum t könnte ich mir natürlich jetzt durch den Link hier ersetzen, aber das wäre ein bisschen blöde wieder, weil dann würde da zum Beispiel, wenn ihr einen komischen Link habt, würde dann da stehen zum, ähm, zum Beispiel zum Sensor minus, ähm, minus viel Koffein oder was weiß ich nicht was. Das wäre blöd. Das bedeutet, ihr könnt in dieser Iteration auch einen Parameter nochmal auslesen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Zum Beispiel Sorte. Also, ihr lest das hier nochmal aus, denn solange er das Ende nicht erreicht hat, solange er das Ende, das war jetzt hier mein Test, aktualisieren nochmal und dann schließen, dass es den Link auch wirklich gibt, genau. Denn solange er hier unten noch nicht angekommen ist, würde er, wenn ich das hier nochmal benutze, wieder das gleiche ausspucken, bis er hier ankommt und dann guckt er erst, also bis er wieder hier ankommt und dann geht, springt er nochmal hoch und dann liest er die nächste Zeile aus. Aber hier entspricht dieser Variable Sort immer noch der Sorte, die er auch hier vorne eingesetzt hatte. Ganz wichtig. Zum Beispiel steht hier zum, genau, zur Sorte sozusagen. Jetzt aktualisiere ich mal, lade mir das Ganze hier neu und dann steht hier zum Royal Bosch, zum Zanchard, zum Banscher und so weiter. Jetzt habe ich die Tabelle natürlich noch gestylt. So, und dafür könntet ihr eigentlich auch auf CSS Schools, dass ihr auf W3C hier kommt, genau, auf W3 Schools meine ich, da sieht man hier, dass man hier viele Parameter von so einer Tabelle hier stylen kann. Ich mache das Ganze natürlich direkt hier im Browser und probiere es aus. Ich gehe also auf Inspect Element, gucke mir dann hier zum Beispiel mal einfach diese Tabelle an und erzeuge mir dann neue Regeln hier. Zum Beispiel Table, TR und dann gehe ich mal auf Padding, 20 Pixel zum Beispiel, Important. So, und das hat jetzt irgendwie nicht geklappt. Ähm, TD muss ich nehmen, genau, TD. So, TD und vor allen Dingen soll TD immer eine Breite von 150 Pixel haben. Genau. Ich öffne das jetzt mal hier nebendran. so, ich habe hier nämlich einen Style schon und ich zeige, wir werden den auch dann auch gleich nehmen, nur ich zeige euch, wie ich hier ungefähr hinkomme. So, ähm, wir haben jetzt hier Sorte, Portion, Dosierung, Flüssigkeit, Koffein. Hier fällt noch auf, Koffein steht ja hier jetzt noch gar nicht drin, richtig? Ich helfe euch jetzt auf jeden Fall auch direkt mal beim Debugging und zwar meint Debugging, dass wir einen Fehler finden. Also hier steht KUFF. Ja, ähm, und das steht an 1, 2, 3, 4, 5. Stelle, steht hier Koffein und hier steht 1, 2, 3, 4, 5. Stelle. So, dann gehe ich mal hier rüber und sehe, dass wenn ich mal hier draufgehe, das würde ich jetzt auch kontrollieren, dass das Feld komplett leer ist. Das heißt, hier kommt irgendwie kein Wert an. Ich gehe also hier rüber in meine Datei und gucke mal, ob Koffein hier überhaupt drin steht. Und jetzt fällt es mir hier schon wieder auf. Also Koffein steht hier zwar, aber wieder mit einer Leer, mit einem Leerzeichen hier hinten. Das heißt, hier ist wieder ein Fehler und ich muss die komplette alles durchgehen, was im Grunde genommen gerade hier passiert, um zu gucken, was passieren könnte. Ich habe auch kurz gedacht, dass es hier in irgendeinem Zeichen liegen könnte, aber es geht eigentlich nicht, weil dann würde die komplette TSV hier schon zerstört werden. Das bedeutet, ich muss hier wieder ein Leerzeichen wegnehmen, muss das Ganze wieder runterladen als TSV, zacki, zacki, öffnen, zack, rüberkopieren, reinkopieren, runtergehen. Es geht natürlich schneller, wenn man sowas wirklich mehrere Male gemacht hat für eine Tabelle und man in Zukunft, sage ich mal, einmal die Woche so eine Tabelle updaten muss und dann seinen Workflow drin hat, dann geht es natürlich, dann ist das vorteilhaft. Also so ein ganzer Workflow, seht ihr hier schon am Aufwand, dass auch viele Sachen schief gehen, lohnt sich natürlich nicht. Wenn man nur ein paar Tabellenzeilen hat, im Grunde genommen. So, jetzt sehe ich hier den Koffeinwert, der wird jetzt hier dargestellt. Hier sehe ich noch, dass ich einen Fehler wahrscheinlich schon in der Tabelle gemacht habe. 0% wird hier irgendwie nicht richtig angezeigt, beziehungsweise das ist schon in der Tabelle nicht ganz richtig. So, das muss ich dann auch später nochmal heile machen, aber allerdings ist das jetzt nicht so wirklich interessant, dass hier dieser Fehler ist bei diesem 0%. So, ich sehe jetzt, dass hier mein Style wieder weggegangen ist, das heißt, ich gehe nochmal auf Inspect Element und gehe hier durch, was ich hier so machen kann. Ich möchte erstmal auf jeden Fall, dass, ja, was auf jeden Fall auch gut ist, ist, dass ich das Ganze nicht hier erstelle, sondern unter Sources, Webby Content und dann gehe ich mal hier in Themes, in Presa Childs zum Beispiel und dann gehe ich hier in meinen Style-Sheet rein und schreibe mir den Code direkt hier hin. zum Beispiel, zum Beispiel Td Width 150 Pixels, ja, so, oder dann zum Beispiel Text Align Center Important, so, Text Align Center, wenn ohne Important geht, ist es auch gut. So, dann soll allerdings hier Portion, soll zum Beispiel linksbündig sein. Ähm, ich würde mir also das hier jetzt schon mal kopieren und zwischenzeitlich würde ich dann hier schon mal rüber gehen in meine, in mein Style-Sheet und das hier rein übernehmen und zwar mache ich das mal hier unten. Das gilt hier übrigens nur für meine andere Tabelle, da komme ich nachher noch drauf. Kopiere das hier rein und lade dann jetzt neu. Jetzt darf ich neu laden und es wird hier direkt übernommen, weil es jetzt im Style-Sheet steht und was jetzt wichtig ist, ist, dass ich, ähm, was wollte ich machen? Genau, das hier linksbündig machen. Deswegen gehe ich wieder hier drauf und sage, dass Koffein zum Beispiel beziehungsweise, was war das? Das war Portion, kriegt eine Klasse und zwar Portion. Ganz einfach. Ich gehe auf Aktualisieren. Genau. Und jetzt probiere ich das mal aus, dass td.portion text-align left hat jetzt sehe ich da ist viel zu viel Abstand. Ich sage also auch nochmal Padding left ist größer als bei den anderen zum Beispiel 50 Pixels und dann ist das hier so direkt dran. So. Dann kann ich natürlich noch ein paar andere Sachen machen und zwar hatte ich mir das zum Beispiel, jetzt muss ich mir immer wieder angucken und sowas auch, gebe ich zu, bei W3 Schools hier hatte ich mir zum Beispiel dieses, diesen Style hier rausgeholt, um dann hier eine Linie zu machen. Genau. Und hatte mir dann aber auch eine andere Farbe dafür rausgesucht. dafür habe ich mal die Farbe von meiner Seite genommen, hier mit Colorzilla zum Beispiel, kann ich mir, das ist ein Plugin für Chrome, kann ich mir hier die Farbe holen, da muss natürlich dann noch eine Raute davor und dann habe ich hier eine andere Farbe dafür. Dann sehe ich, das ist noch alles sehr gedrungen hier. Ich möchte also nochmal auf jeden Fall und das muss ich mir wieder jetzt abgucken, damit ich hier keinen Fehler mache. ich möchte hier noch ein bisschen mehr Abstand haben. Schauen wir mal, wie ich es bei der anderen Tabelle gemacht hatte. Ich hatte hier auf jeden Fall schon mal viel mehr Padding. So sieht es schon mal aus. So, wie hatte ich das gemacht? Ich ziehe das mal hier rüber. Ich hatte viel mehr Padding. Ich hatte zum Beispiel den hier. Ich gehe also mal wieder in meine Tabelle rein. Ah ja, und das 20 Pixel hatte ich vergessen. Genau, so war es. Okay, es ist auch schon spät hier heute. Da vergisst man schon mal viel. Dann möchte ich zum Beispiel noch diesen Button hier ansprechen. Dafür gehe ich zum Beispiel mal hier aufs Plus, um dann hier die CSS-Klasse direkt zu bekommen, die nur für diesen Button gilt. Gehe hier drauf und sage zum Beispiel Width 150 Pixel und jetzt sind alle davon 150 Pixel breit. So. Was ich jetzt mache. So, was haben wir denn noch? Habe ich noch irgendwas jetzt vergessen? Ich gucke wieder in meine Datei. Ich habe mich hier um den Button gekümmert. Genau. Ich habe hier das Texted Line Center für alle, außer zum Beispiel für diese hier. Die kann ich also mit der Klasse ansprechen. Das habt ihr gesehen, dass ich das direkt nochmal selektieren kann, indem ich hier irgendeine, einfach eine Klasse gebe. In diesem Fall nenne ich die einfach so Portion und dann kann ich den hier nochmal extra ansprechen. Wenn ich die andersrum machen würde hier, wenn ich das hier zum Beispiel davor machen würde, dann würde es nicht funktionieren. Doch funktioniert. weil der hier ein bisschen mehr selektiert als der hier. Der ist spezifischer, sagt man auch. Deswegen funktioniert das sogar, wenn das, wenn der hier da drüber ist, auch ohne Important oder so. Dann nehme ich mir das hier alles und jetzt kommt's. Warum sieht das hier vor allen Dingen so sauber aus? Stellt euch mal vor, ich habe hier irgendwo nochmal so Buttons, zum Beispiel auf der Seite, nicht nur in dieser Tabelle und die sind jetzt auch alle nur so breit. Ja? Zum Beispiel hier unten im Footer oder so. Sowas kommt vor, dass man mit solchen Tabellen all seinen anderen Code kaputt macht. Oder ihr wollt jetzt eine Tabelle bauen, die anders aussehen soll, die zum Beispiel nicht so hoch ist. Dann würdet ihr mit diesem Code, den wir gerade geschrieben haben, jede Tabelle auf eurer Website ansprechen. Wenn man diesen Code jetzt aber schon geschrieben hat, müsste man dieser Tabelle hier eine einzigartige ID geben. Also dieser, dieser ID hier zum Beispiel Tutorial-Tabelle. Bindestrich darf man reinnehmen in die. Oder so ein Strich darf man reinnehmen. in so eine ID oder in eine Klasse. Das bezieht sich jetzt auf alles von hier bis hier, wo das Table Element wieder schließt. Das bedeutet, wenn irgendwelche CSS-Klassen nur hier drauf irgendwie eine Funktion nehmen sollen oder das beeinflussen sollen, dann würde ich, und jetzt kommt's, jetzt wollen wir mal diesen ganzen Code nehmen. Wo haben wir es? Gehen wir hier rüber. Gehen hier in Sources rein. das, was ich hier geschrieben habe und kopieren das hier mal ganz kurz hier rüber, damit das im Grunde genommen permanent jetzt als Änderung hier ist. Und jetzt müsste ich hier überall vorschreiben, die ID Tutorial-Tabelle. Und stellt euch mal vor, ihr habt viel, 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 viel mehr gemacht, als ich hier geschrieben habe. Und ihr müsstet das überall so da vorschreiben. Außerdem dauert das viel länger. Ja, also, es dauert alles viel länger. Genau. Und deswegen kann man, und das kann man, das möchte ich euch mit diesem Tutorial halt auch vorstellen, kann man einen CSS-Compiler benutzen. Oder eine Sprache, im Grunde genommen, die CSS-beschreibend ist, die man dann in CSS umwandeln kann. Und da gibt es zum Beispiel eine Sprache, die nennt sich LES. LES ist ein, genau, Moment, hier sehen wir es. ein CSS-Präprozessor, sagt man auch. Hier steht das Wort. Genau. Und damit kann man flexibleres CSS schreiben. Dafür gehe ich mal in meinen Texteditor und sage jetzt mal Tutorial-Tabelle, öffne jetzt hier mit einem Konstrukt und kopiere einen Code hier rein, den ich hier eben geschrieben habe. Hier, das schneide ich aus, weil das möchte ich nicht mehr haben. Ich gehe also mal auf Datei aktualisieren und kopiere das hier zwischen. So, und ihr könnt das Ganze ausprobieren, ganz einfach, dieses LES, indem ihr das speichert hier unter Tutorial.LES ist definitiv die Änderung. Ich wähle dann hier als Speicherort, wähle ich mal, hm, wo ist es? T-Jungle-Tabelle aus, genau, speichere das Ganze ab und lade mir dieses Programm hier runter, Simples, weil das verändert meine .LES-Datei in eine .CSS-Datei. Und ich finde, das Ganze jetzt so zu sehen ist das beste Beispiel, oder der beste Weg, um zu lernen, was ist ein CSS-Prä-Prozessor, was macht der? Das gibt uns nämlich jetzt die Möglichkeit, dass ich in der .LES-Datei zum Beispiel sogar Variablen für Farben benutzen kann. Das heißt, ich definiere mir hier eine Farbe. Das heißt, wenn ich mich später hier für eine andere Farbe entscheide, kann ich sie einfach oben als Variable ändern und dann habe ich hier einfach einen Variablen-Namen stehen, anstatt dass ich durch einmal den Code gehe und überall diese Zahl hier ändere. So, das heißt, wenn ihr hier richtige CSS-Gurus werden wollt, dann ladet ihr euch sowas hier runter, wie es Simples. Ich kann euch das Ganze mal zeigen. Das sieht so aus, eine ganz einfache Oberfläche und ihr öffnet eure Tutorial.LES-Datei und zieht die hier einfach rein. So, und hier steht es Never Compiled, also niemals umgewandelt in eine .CSS-Datei. Wenn ich jetzt aber hier in mein TextMate gehe und auf File Save gehe, dann gehe ich mal wieder hier rüber und dann sehe ich Compilation Successful. So, und das wurde mir jetzt in eine Tutorial.CSS reinkopiert, die mir jetzt erstellt wurde. Ich öffne die in meinem TextMate und sehe, hier wird alles komprimiert dargestellt und jetzt wird vor jedem Selector, vor jedem CSS-Selector, wie zum Beispiel hier TD, wird Tutorial-Tabelle genommen, ja, damit ich das nicht vor jedes Einzelnen davor schreiben muss und zu sowas bemächtigt uns sozusagen Less. Es gibt noch eine Alternative, die heißt SESS, S-A-S-S, auch ein CSS-Präprozessor, also Less and SESS. Da gibt es auch Kurse für SESS versus Less, beides total ähnlich, Less finde ich völlig ausreichend für so kleine Tricks hier. Ich kopiere mir dann hier alles und kopiere mir das dann hier rüber. Kopiere mir das hier rein und das bezieht sich jetzt alles auf, ich kann das hier, das übrigens nur ein Kommentar ist, könnte ich wegmachen, das bezieht sich jetzt alles nur auf Tutorial-Tabelle. Gehe auf Datei aktualisieren, gehe hier rüber, lade das hier neu und sehe, das hat jetzt keine Auswirkung und zwar könnte es sein, dass Tutorial-Tabelle hier noch nicht abgespeichert wurde. Das wäre jetzt so eine mögliche, eine mögliche Fehlerquelle und sehe, dass es jetzt funktioniert hier. Was ich bisher noch vergessen habe, oder habe ich es vergessen? Nee, ich habe alle meine Buttons 150 Pixel breit gemacht. Sehen wir hier noch irgendwelche Unterschiede? Wir sehen auf jeden Fall, dass diese Tabelle hier noch nicht mittig ist und da gibt es einen absoluten CSS-Trick. Zum Beispiel muss ich auf dieses Element, was ich mittig haben möchte und das ist jetzt halt Table, vor allen Dingen ist das die Tabelle Table und dann könnte ich jetzt schreiben Tutorial-Tabelle. Ich könnte aber auch nur die ID benutzen, das ist mir überlassen. Tutorial-Tabelle und dann setze ich dafür eine Margin 0 Auto und solche Elemente rücken in die Mitte. Zack, jetzt sitzt die in der Mitte. Es gibt nicht sowas wie zentrieren für Elemente, die nicht in einem, naja, sehr schwierig zu erklären, auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit, um das jetzt hier drin zu zentrieren auf der kompletten Seite und damit habe ich jetzt diese Tabelle hier und ihr seht sogar, dass das hier zum Giorculo-T zum Beispiel jetzt, dass der Link hier unten links funktioniert, zum Bansha geht auch, zum Zensha und wenn ich jetzt eben den Link hier modifizieren würde unter Bansha grün jetzt zum Beispiel, dann wäre der hier der erste Bansha-Link wäre dann zum Beispiel zum Bansha minus grün, seht ihr? Und wenn ich jetzt hier mal draufklicke, dann geht er hier hin und dann sagt er, ups, die Seite konnte nicht gefunden werden und natürlich müsst ihr darauf achten, dass ihr zu jedem dieser T's auch eine Seite angelegt habt. Bansha grün nenne ich das Ganze mal, klicke auf veröffentlichen und dann müsste man auch jetzt penibel darauf achten, dass ich hier auch Bansha minus grün als Link dann habe und nicht noch irgendwas anderes, wenn ich hier irgendwas anderes im Titel habe, dann muss man das hier umändern, so dass es stimmt, dass es definitiv den Link widerspiegelt, der auch in meiner Tabelle ist oder eben andersrum, ihr ändert es in der Tabelle und verändert das wieder. Ich habe hier Bansha grün, eigentlich würde ich mir das auch als Portfolio anlegen, ich brauche jetzt nochmal meine Tabelle natürlich hier und probiere das Ganze aus, ich gehe jetzt auf zum Bansha, sehe unten links, der Link ist Bansha grün und der geht jetzt zu meiner neuen angelegten Seite hier hin. Das kann man natürlich auch mit Preistabellen machen, indem man dann hier unten als letzte Zeile und die kann man sich übrigens auch extra anlegen, jetzt für alle, die Preistabellen machen wollen, ich weiß nicht, ob ich das vorhin gesagt habe, wenn ihr HTML haben wollt, dann müsst ihr hier HTML dahinter schreiben, dann würde er HTML aus der Liste ziehen, aber da ist es wiederum schwierig, dass er von hier nach hier HTML konvertiert oder umwandelt, weil dann kommt er hier mit den Anführungsstrichen nicht mal richtig zurecht. So, das ist jetzt viel Wissen auf einmal, ich weiß, aber ich denke, man kann viele Nebeninformationen, die ich hier in dem Video zeige, auch noch ergoogeln, aber dann ist es ein ziemlich wichtiges Toolset, das man hier erlernt. So, und ich könnte jetzt zum Beispiel hier noch sagen, okay, nachdem er das hier abgearbeitet hat, von hier nach hier, nachdem das abgearbeitet ist, kann ich nochmal mehrere TDs erstellen und zwar wieder irgendwelche Links, wenn ich einfach will, zum Beispiel hier von dem A-Tag, den kann ich jetzt wählen, schließe den, TD und hier, weil das jetzt außerhalb dieses, drei, wie viele Zeilen habe ich eigentlich? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, weil das jetzt außerhalb ist, kann ich natürlich keine, diese Token mehr benutzen oder Parameter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Den ersten, den machen wir einfach wieder leer, weil da ist ja im Grunde genommen kein wirklicher Wert hier, ja, also, hier unten möchte ich keinen haben, ich möchte ab hier nur einfach nochmal Informationen, zum Beispiel zum Koffein oder was weiß ich was. Ich könnte das natürlich auch noch hier vorschalten, wenn ich die Buttons oben haben möchte und dann würde ich hier zum Beispiel sagen, der Link ist, ähm, was war denn jetzt, das dritte zum Beispiel, das dritte war Dosierung, Dosierung, das zweite war Portion, das erste war, ähm, das erste habe ich rausgelassen, ausgelassen, das heißt, das ist Portion, das ist Dosierung, das vierte ist das jetzt hier sozusagen, das ist Flüssigkeit, das ist Koffein, so, und da muss man natürlich gucken, worauf verlinkt man da jetzt, man könnte natürlich auch andere Links hier, zum Beispiel bei Flüssigkeit könnte man beides Dosierung nehmen, ja, oder irgendwie sowas, ähm, und dann ist das letzte natürlich der Button wieder, da würde man natürlich auch keinen Link geben wollen, so, und hier würde man sagen, zum, einfach mehr Informations, Informations zum Beispiel, bezüglich des Koffeins, mehr zum, Info, oder, zu, mehr Infos, ganz einfach mehr Infos, weil das passt dann zum Beispiel vielleicht nicht mehr da rein, das müsste man ausprobieren, ob das dann da noch reinpasst unten, so, mehr Infos, aber hier könnte man auch mehr zur Dosierung, und dann kann man eben mal gucken, und dann seht ihr wahrscheinlich, was ich meine, dass es vielleicht nicht mehr reinpasst, würde gerade so wahrscheinlich reinpassen, aber das sieht dann nicht mehr so gut aus, werdet ihr sehen, ähm, und das nenne ich hier mal zur Portionierung, irgendwie sowas, wie auch immer, so, und dann lade ich das mal hier neu, und dann müsste ich hier unten jetzt auch noch eine, ja, genau, noch mehr Buttons bekommen, und dann seht ihr aber genau, was ich meine hier, das ist natürlich jetzt absolut zu lang, das heißt, ich nenne die alle mehr Infos, mehr Infos, macht jetzt nicht so viel Sinn, aber ihr seht, dass man Pricing-Tabellen damit auch erstellen kann, man muss ja das Ganze auch nicht wirklich so als Tabelle darstellen, mit Strichen hier dazwischen, und kann dann trotzdem aber hier diese drei, zum Beispiel eine Dreispaltigkeit erzeugen, kann das Ganze dann hier zentrieren, hat dann drei Spalten hier zentriert, macht aber diese Rahmenlinien hier weg, das funktioniert sogar wunderbar eigentlich, und dann hat man hier unten zum Beispiel einfach drei Buttons, und die Kerninformationen zum Beispiel hier untereinander aufgelistet, so kann man sich dynamisch generierte Pricing-Tabellen im Grunde genommen schaffen, genau. Okay, das war im Grunde genommen alles, wie wir diese Tabelle hier erstellen, mit vielen Tipps und Tricks, mit CSS, mit Les, mit einer Google Drive-Tabelle, mit diesen schönen Icons hier, mit einer Datei, die wir auf den Server legen, die wir erreichen, durch unser WP-Config-Verzeichnis, genau, und am Ende ist der Use Case eben, dass man das zum Beispiel bei so einer Tabelle, wie hier auf grüntee.de oder grünertee.de benutzt, und der könnte das hier zum Beispiel super gebrauchen, hier dieses Tutorial, wo er sieht, okay, ich kann das Ganze im Google Drive pflegen, und das aktualisiert das Ganze, und dann werden sogar noch die richtigen Links in seinen eigenen Shop zum Beispiel dargestellt. Das ist natürlich super, super, super praktisch für die Praxis, genau. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich kratze mich gerade am Kopf, das seht ihr nicht, aber eigentlich soweit nicht. Obwohl, doch, doch, das ist jetzt ein kleiner Nachtrag, ich hätte das Video eigentlich schon beendet, aber ich habe noch was vergessen, und zwar HTML auf jeden Fall, noch hier in der Tabelle. Wenn ihr zum Beispiel irgendwas hier in der HTML habt, beispielsweise einfach hier, das hier, Strong zum Beispiel, einfach ein Strong Tag, der hier geschlossen wird, und, ja, das exportieren wir jetzt mal als TSV, und das ist jetzt nur in dieser Spalte hier drin, das macht es relativ einfach, ich öffne das Ganze, sehe den Strong Tag hier auch, gehe hier rüber, kopiere es hier rein, ok, hier alles, gehe dann auf meine Datei, ersetze hier alles, klicke mal speichern, und gucke mir das Ganze jetzt hier an, dann sehe ich, hier ist nichts fett, nichts, auch hier nicht 3 Gramm war das, glaube ich, ich muss also hier rüber gehen, und mitteilen, während dieser Parameterübergabe, dass bei der Dosierung zum Beispiel, HTML Code eine Rolle spielt, also schreibe ich Doppelpunkt, HTML, speichere das Ganze, und lade neu, jetzt ist natürlich wichtig, wurde der HTML Code übernommen, wenn das hier nicht angezeigt wird, also erstmal schaue ich nochmal, ok, hier Strong 3 Gramm, das war gleich das zweite, hier sehe ich, dass jetzt nur 3 Gramm angezeigt wird, warum, das ist natürlich wirklich interessant, das heißt, ich muss mir diesen HTML Code erst dann hinzufügen, wenn ich dieses Ergebnis hier schon habe, kopiere mir also mein JSON in eine Textdatei, kopiere mir mal alles hier raus, und dann suche ich mal hier nach meinem 3 Gramm, hier muss ich es nämlich ändern, und hier kann ich dann nachträgliche Änderungen einfügen, falls ich jetzt wirklich mal irgendwas, zum Beispiel fett gedruckt haben möchte, ja, das wird, darf natürlich nicht so viel sein, wie zum Beispiel das mit dem Button, hätte ich jetzt nicht realisieren können, durch diesen JSON Converter, ähm, ja, aber zum Beispiel so eine kleine Sache, ist natürlich sehr händisch, dass ich das dann hier direkt in meinem Output sozusagen verändere, also in dem JSON, und sehe jetzt, das ist jetzt fett gedruckt hier, und so könnte ich natürlich auch einen Button dann nachträglich mit in den JSON Code rein kopieren, ja, also ich könnte dann später in den JSON reingehen und hier Buttons rein kopieren, ja, und könnte das mit dem, den Link hier zum Beispiel ersetzen, äh, beziehungsweise genau, den Link hier, immer das Ergebnis, und da komme ich noch zu einer Sache, die ich euch unbedingt ans Herz legen möchte, wenn ihr mit solchen Dokumenten hier arbeitet, also mit solchen Tabellen, nehmt euch ein Texteditor, wie zum Beispiel hier diesen TextMate, oder es gehen auch andere, und guckt euch an, was ihr für Suchen- und Ersetzen-Funktionen habt, zum Beispiel hier bei TextMate gibt es Edit, und dann kann ich auf hier Find gehen, genau, oder sogar im ganzen Projekt kann ich suchen, dann gehe ich auf, ähm, ja, auf, auf zum Beispiel irgendeinen Link, den ich hier global ersetzen möchte, zum Beispiel Roybusch, ähm, Roybusch, den komischen Namen war, R-O-O-I, ne, wenn das zum Beispiel ein Link ist, so, jetzt habe ich mir natürlich das Schwierigste hier gerade für mich rausgesucht, Roybusch, und ersetze das mit Roybusch-T und dann ist das zum Beispiel der Link einfach dafür, klicke auf, Replace All, so, und habe das jetzt hier nicht ersetzt, das sollte ich nachprüfen auf jeden Fall, gehe also nochmal, auf, Command F jetzt gerade, und, gehe dann nochmal auf Replace All, und sehe, ich muss hier was falsch gemacht haben, Roybusch habe ich geschrieben, ja, es ist gerade schon spät hier übrigens, gehe auf Replace All, und habe jetzt Roybusch, Roybusch-T Link, ich habe unheimliche Schwierigkeiten, das hier auszusprechen, ey, Roybusch, okay, ähm, gehe natürlich jetzt, okay, speichern brauche ich nicht, nehme mir das ganze Dokument, gehe wieder rüber, kopiere das hier rein, speichere, gehe dann in meine Tabelle, und sehe dann, dass ich unter Roybusch hier, Roybusch-T Link, langsam funktioniert das Wort, geht mir über die Lippen, Roybusch-T Link, genau, hat er also alle Links hier für den T ersetzt, und das ist natürlich sehr sinnvoll, gerade bei HTML-Auszeichnungen, die ich mir hinzufüge und so weiter, dass ich dann in mein Dokument hier nachher gehe, und hier durch Suchen und Ersetzen einfach mit Command F, oder indem ich hier über den Edit Find gehe, das lässt sich bei jedem Editor so machen, also es gibt bei allen möglichen Editoren, mit denen man Text bearbeiten kann, gibt es diese Suchen und Ersetzen, oder auch hier in meiner Google-Tabelle könnte ich sagen, okay, bearbeiten, Suchen und Ersetzen, und könnte dann hier all meine Links durchsuchen und mit Suchen und Ersetzen arbeiten. Warum ich das jetzt so betone, ich finde, das gehört immer dazu, wenn man mit so vielen Daten arbeitet, und ich denke, ihr arbeitet mit vielen Daten, wenn ihr solche Tabellen hier erzeugt, das bedeutet, gewöhnt euch an, Dinge nicht, ja, mehrere Male mit der Hand zu ändern, und alles einzeln zu ersetzen, sondern einfach Suchen und Ersetzen zu machen, und damit kann man ziemlich coole Sachen erzeugen, wenn ich zum Beispiel alles, was 3 Gramm ist, hier einfach fett gedrückt haben möchte, dann gebe ich hier 3 Gramm ein und ersetze das Ganze mit Strong, 3 Gramm, Strong, jetzt seht ihr, wohin das Ganze geht, Replace All, kopieren wir das Ganze in der Zwischenablage, gehe hier rüber, gehe natürlich auf meine Datei, in der das drin liegt, ersetze hier alles, hallo, habe ich es mir schon ersetzt? Ich glaube, noch nicht. So, klicke jetzt mal auf Save, gehe wieder in meine Tabelle, und sehe jetzt, dass überall, wo 3 Gramm ist, ist es fett gedrückt. Ja, gibt es natürlich einen Haufen Anwendungsmöglichkeiten. So, aber das ist mir wichtig. So, und wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen habt, zum Thema, wie wird das hier, ähm, ja, ihr habt eine schwierigere Tabelle, euer JSON funktioniert nicht, und so weiter, dann geht definitiv hier rüber, benutzt den Support, aber ich kann euch nur dazu anhalten, dass ihr euch hier bei WordPress.org einen Account macht, und dann hier auch eine Frage hinschreibt, aber dass man auf jeden Fall fair ist, und dem Auto hier was spendet, wenn man hier ein Problem hat. Ich bin auf jeden Fall nicht für diese JSON-Sachen, euer Ansprechpartner, da in dem Bereich werde ich hier bei YouTube keine Kommentare dann beantworten, weil da bin ich kein Support für dieses Plugin, das muss man verstehen. Wenn ihr euch allerdings, wenn ihr mir eure Tabelle aber zeigen wollt, euer Output, dann könnt ihr das gerne hier drunter schreiben. Im aller, aller, aller größten Ausnahmefall könnt ihr es auch hier bei mir, falls es euch hier nicht geantwortet wird, könnt ihr bei mir das definitiv auch drunter schreiben. Aber, wenn ihr hier schreibt, seid kulant und, äh, spendet auf jeden Fall was, weil es großartige Arbeit, diesen, Arbeit hier, diesen JSON-Content-Importer anzubieten. So, und mich findet ihr auf jeden Fall auch bei Facebook unter facebook.com slash meiterhelmholt, falls ihr da auf dem neuesten Stand bleiben wollt, über meine Tutorials hier bei YouTube und so weiter. Und ich hoffe, dass ihr meinen Kanal hier auch abonniert. Einfach mal hier unten auf Abonnieren klickt und, ähm, ja genau, dem Video hier auf jeden Fall ein Like gebt. Alles klar, ich hoffe, ich höre von euch. Macht's gut. Ich höre von euch. Ich höre von euch. Ich höre von euch.